Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Tjulfo und wie ihr vermutlich wisst, ist am Donnerstag Mass Effect 4 oder auch Mass Effect Andromeda rausgekommen. Und natürlich werde auch ich Mass Effect Andromeda spielen, jedoch nicht hier auf dem Hauptkanal, sondern auf dem Zweitkanal. Falls ihr also meinen Zweitkanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das entweder hier oben machen oder ihr geht eben unten in die Kanalbeschreibung, da ist der zweite Kanal verlinkt. Die erste Folge von Mass Effect Andromeda ist da auch schon online, also könnt ihr direkt reingucken. Meine Meinung zu dem Spiel bis jetzt ist, es wurde ja im Voraus extrem zerpflückt. Es gab viel Kritik gegenüber der Animation, gegenüber der Emotion, die in den Gesichtern der Spielecharaktere nicht zu sehen ist. Und halt darum, dass angeblich das ganze Design vom Spiel nicht so gut wäre wie in anderen Mass Effect Teilen, sondern dass es einfach nicht richtig überzeugen würde. Und ich muss jetzt ganz klar sagen, und ich bin kein Mass Effect Fanboy, Freunde, aber Mass Effect Andromeda ist einfach nur geil. Weil natürlich gibt es da ein paar kleine Bugs und ein paar kleine Fehler und über das Design von den Gesichtern lässt sich streiten. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber 90% der Zeit haben die Spielecharaktere sowieso Helme auf, von daher ist es egal. Auch mit diesen Animationsbugs, die das Spiel angeblich vorwiegend haben soll. Ich habe jetzt schon drei oder vier Stunden gespielt und habe jetzt einen einzigen Animationsbug bei einem NPC gesehen, der so ein bisschen scheiße an der Barriere festgehangen hat. Das war das einzige bis jetzt. Also ich weiß nicht, was die Leute da im Test gespielt haben teilweise, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als wird das Spiel teilweise gezielt von manchen Testern und Spieleseiten schlecht geredet. Als würde das Spiel gezielt schlecht geredet. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich kann es auf jeden Fall nicht unterstützen. Wenn ihr aber ein Fan von Science Fiction seid oder generell Mass Effect mögt, ist das Spiel auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung von mir. Dann müsst ihr euch dieses Spiel einfach holen. Das Feeling ist einfach oberkrass. Aber wie gesagt, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, wenn ihr sehen wollt, wie das Spiel ist, wenn ihr sehen wollt, wie die Spielewelt ist, wie die Story ist, wie das Gameplay ist, klickt euch auf den zweiten Kanal rein. Ich wünsche euch viel Spaß bei Mass Effect Andromeda und wir sehen uns da. Drückt auf Abonnieren. Ich will sehen, wie die Zahl steigt. Los! Los! Danke. Das war's.